auf zur letzten runde zumindest mal in dieser woche keine sorge der markt wird nicht aufhören gott sei dank nur eins wochenende gehen bevor er das aber tut wollen wir noch mal drauf gucken einerseits auf den dax was er schon geleistet hat und was den amerikanern vielleicht bis tagesende noch blühen mag und dann können wir mal ein bisschen schauen was man daraus vielleicht noch noch hinbekommt ich habe bewusst mal hier die zeichnung gelassen das ist ja das was wir angedeutet haben als eine mögliche zielecke für den dax wir sehen das hier unten dax index ist das ganze hier das quadrat also ungefähr da würde man das ziel dieser aufwärtsbewegung wir hatten gesagt schub wackelig runter ich muss mich revidieren natürlich das mindestziel warum immer das mit dem mindestziel klar wenn das die erste welle ist dann kann die c welle die ist häufig genauso lang also so ungefähr in diese kiste rein wenn es natürlich eine dritte welle wird das wissen wir zu dem zeitpunkt nicht dann kann die auch deutlich länger gehen dass jetzt nur mal ein beispiel das nicht bitte jetzt genau nehmen wo die kurse da liegen kann auch so aussehen oder was weiß ich was nur je länger wir je mehr wir über dieses niveau hinausgehen hier desto wahrscheinlicher wird es dass wir die vierte welle hier erst haben und dann eine fünfte kommt und das wiederum wäre gar nicht so uncool denn das würde zumindest ein bisschen suggerieren dass diese bewegung die wir jetzt hier haben das abschließt was wir hier als korrektur haben und dass wir tatsächlich sogar schon auf dem bullischen fad weiter wandeln können der dax ist da der beste mit den besten ambitionen auf dem weg nach oben also im moment sehe ich nicht dass der kurs hier dreht also wie auch gibt also kein grund weiterhin auch nicht an dieser linie hier pauschalschort zu gehen da bin ich kein großer fan davon es ist ja immer nur ein angebot dass im bereich solcher linien der markt dreht jetzt haben wir hier ein zugegeben nicht enges cluster ich zeige euch gleich mal was schöneres wo es wirklich eng aussieht aber hier ist es ja eher ein bereich und der spricht eben noch nicht dafür dass da was zwingend drehen muss also dax im moment gute voraussetzungen gucken wir uns mal den dow jones an der dow jones aktuell gute voraussetzungen das sieht man hier im intraday wenn man hier im laufe des nachmittags hier gucken was soll man da negativ drüber sprechen das ist eine coole bewegung die wir hier haben die ist klassisch die ist hervorragend und da spricht eigentlich nichts dagegen dass der markt vorläufig weiter nach oben geht außer das bild was wir hier haben das ist nicht optimal jetzt allerdings für den nachmittag zu shorten und wir wollen bei dieser analyse beim nachmittag bleiben ich werde am wochenende und reisebedingt wahrscheinlich schon heute abend oder spätestens dann bis morgen ein video für euch vorbereiten wo ihr dann das übergeordnete bild sehen könnt also das will ich jetzt nicht vorweg nehmen sonst wird dieses video zu lang aktuell aber für die die jetzt in diesem moment aktiv sein wollen null grund auf die short seite zu wechseln kann man also noch kaufen also in diesem chart würde ich nicht mehr kaufen würde ist so eine sache werde ich nicht mehr kaufen wir sind schon so weit gelaufen das kann noch locker weitergehen auch noch 100 noch 200 noch 300 punkte aber da jetzt einzusteigen ist doof aber das heißt ja nicht dass ich nicht mehr kaufen kann dann muss ich aber gucken dass ich auf einer kleineren ebene wieder schaue dass ich dann hier irgendwie sowas sehe wo ich dann wieder aufhängungspunkte finde die sind nicht immer da aber immer dann wenn ich das sehe wenn ich etwas dreiwilliges sehe gegen den trend und das gebrochen wird getriggert wird dann ist das ein indiz es ist nicht immer zu erkennen hier zum beispiel ist es ziemlich mühsam gewesen das zu erkennen aber wenn ihr es erkennt ist das eine hilfestellung ich möchte nicht dass es falsch verstanden wird ja aber da hättest du doch auch nicht ja ganz häufig hätte ich nicht oder habe ich auch nicht in so einer situation gehandelt aber wenn es eben schön aussieht und das kann ja sein dass wir nachher sowas bekommen dann kann man sagen nee gut ich springe halt noch mal mit auf um wenigstens noch mal ein bisschen was in diese trendrichtung mitzubekommen aber dass dann ihr seht das auf den immer kleineren zeitebenen denn wenn ich es in diese großen ebene hier sind wir jetzt hier im s&p 500 gemessen hier am future damit eine deutliche aufwärtsbewegung natürlich genauso im 15 minuten chart sehe ich hier gar nichts wie soll ich da hier jetzt reinkommen ja theoretisch ist das letzte was wir hatten hier auf dieser ebene irgendwo wo wir gesagt haben wackelig runter da kann man gucken ob das hier ein trigger ist vielleicht die letzte tiefs und das zwischen hoch hier aber da finde ich das jetzt nicht dann gehe ich eben auf kleinere ebene ich gehe hier mal ganz bewusst auf minuten chart und dann sehe ich im minuten chart mit unter eben bewegungen die steil sind und die wackelig sind wo man dann sagen kann okay ich gehe da erst noch mal rein entweder dann mit einem relativ engen stop dann hat man hier vielleicht keinen gewinn gemacht oder einen winzigen gewinn oder man stoppt das ganze auch hier unten drunter für die die jetzt ein bisschen kennen die wissen eigentlich gehörte er jetzt stop hierhin ich mache immer gerne etwas aggressiveren stop das ist manchmal vorteilhaft manchmal nachteilhaft aber um dann eben zu sagen solange die wackelige bewegung nach unten ist und die aufwärtsbewegung die steilere geht es zumindest ein teilstück eben noch mal nach oben das ist relativ typisch ob man das unbedingt auf minute handeln muss ist eine andere geschichte aber wenn ich im übergeordneten sonst nichts finde ist es besser überhaupt hier irgendwie was zu finden hier vorne zum beispiel ist wieder relativ deutlich ja und wenn das hier nachher auch noch mal passiert ja dann kann man das sicherlich noch mal wagen umgekehrt allerdings ganz wichtig wenn der markt jetzt natürlich meinen schub nach unten macht und dann wackelig nach oben geht dann müsste die bewegung erst noch mal nach unten gehen nicht notwendigerweise 500 punkte aber eben erst einmal das was wir vorne haben ja zur orientierung wenn wir hier so eine bewegung haben dieses steil runter dann hier wackelig nach oben dann haben wir eine orientierung dass ungefähr das was wir vorne haben da hinten noch mal folgt also ihr seht das ist richtungsneutral mir ist es als händler völlig wurscht ob der markt hoch oder runter geht was ich brauche ist den sogenannten eyecatcher nämlich diese starke schnelle bewegung und ich brauche irgendwas was doof aussieht und in die andere richtung läuft doof ist immer entweder dreiwillig oder so dass man sagt ich verstehe es nicht was er vorhat das ist meistens ein zeichen für korrektives verhalten und dann kann man sagen was war die letzte starke bewegungsrichtung die setzt sich noch mal fort das wäre das also ich bin hier gar nicht so sehr eingeschossen jetzt auf die long seite sondern ich bin jetzt eingeschossen auf ein bild das idealerweise möglichst stark in die aufwärts richtung möglichst wackelig in die abwärts das kann ich mir zwar noch etwas schöner vorstellen als das der hat immer was zum maulen der born wieso schöner naja je mehr es ausgeprägt so aussieht hier sieht man das ein bisschen besser von diesen von diesen bewegungs abläufen als jetzt da das ist eher so naja hier haben wir so eine halbe fläche ja aber fläche ist typischerweise auch eher ein zeichen für korrektur im gegensatz zu linie also hier linie zum beispiel das sind eher zeichen für die starke richtung also noch kein dreh in sicht übergeordnet müssen wir noch mal vorsichtig sein wie gesagt dass dann die ankündigung im übergeordneten wochenende was ich eben schon mal verlauten ablassen aber das mal so für den nachmittag sieht das gar nicht so schlecht aus blicken wir noch abschließend auf den s und der quatsch auf den nasdaq nq hier der entsprechende future contract da sehen wir schubbewegung ebenfalls nach oben insofern kann man eigentlich gar nicht so viel unterschiedliches da erkennen jetzt gehen wir mal bewusst auch noch mal auf das und da sehen wir dass bis jetzt die abwärtsbewegung noch nicht der burner war hier übrigens auch wieder augentraining schub runter wackelig und ihr habt eine idee wenn er nach unten triggert setzt sich das in etwa fort so jetzt mal hand aufs herz was siehst du da also hier noch mal das gegenbeispiel ich sehe das ding dann sehe ich relativ wackelig runter und eigentlich würde ich erwarten das noch mal nach oben hat er auch gemacht nicht ganz erreicht und er hat es auf eine hässliche art und weise gemacht oh gott ansprüche hat er auch noch ich mag es ja lieber wenn das dann auch ähnlich steil wieder dann ist aber zumindest habe ich eine orientierung wenn ich sowas sehe so jetzt mal hand aufs herz was siehst du denn da wenn ich das jetzt hier nach male muss ich ganz ehrlich sagen das ist krummbucklig nach unten und es ist krummbucklig nach oben das für mich im moment kein trade also griff auf den auf einen anderen markt aber nicht jetzt in diesem fall diesen index hier der zeigt hier in diesem minutensegment erst mal nichts also für alle die die auch mal intraday ganz kurzfristig handeln wollen vorsichtig das ist eine situation die natürlich explodieren kann und der markt schießt nach oben oder nach unten aber die nichts sagt aus meiner sicht weil es eben zeigt dass beide seiten sich nicht aufgeräumt haben beide seiten haben sich noch nicht festgelegt das ist für mich immer so ein grob indiz um dann zu sagen dann lieber erst mal die bälle flach halten und warten bis sich eine seite als sie stark hervortut und dann mit rein grätschen und sagen ich habe es immer gewusst da mache ich jetzt einfach mal mit also hier ist wohl eher die abwartesituation in diesem kurzen zeitsegment zumindest erst noch mal gegeben ja soweit das was wir vor dem wochenende noch erwarten können es ist ja sowieso jetzt ein bisschen die frage noch wie das mit dem heutigen verfallstag heute ist kleiner verfallstag also für alle options anhänger da müssen wir damit rechnen dass das eh noch ein bisschen in auflösungserscheinung ist bis nächste woche kann es also bis montag dann kann es also sein dass wir heute im laufe des tages noch so ein bisschen hin und her gezappelt bekommen wenn dann guckt halt auf der ebene wo ihr dieses verhaltensmuster findet das muss nicht minute sein wo auch immer wann auch immer und zu welcher zeit auch immer das findet ist das aber ein ganz gutes indiz um sich dann da mit rein zu schlagen und zu sagen naja gut das versuche ich noch mal leider ist das nicht eine garantie dass es klappt aber die chancen sind dann auf unserer seite und es reichen manchmal kleine chancen überschüsse um nachher mehrheitlich was positives rausnehmen zu können aus dem markt in diesem sinne an dieser stelle euch jetzt erstmal alles gute liebe grüße bis zum nächsten mal